Willkommen auf der Steiner Kirmes hier in Lüdenscheid. Kommt zu Papi. Hallo und herzlich willkommen von der Steiner Kirmes in Lüdenscheid. Der größte Kirmes im Sauerland, die vom 19.05. bis 28.05.2017 stattfindet. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit meiner neuen Kirmesreportage. Tja, der Alexander Burkhardt. Ja, grüß dich Markus, hallo. Schau mal, hier ist ja richtig was los am Familientag. Ja, bei 50% nutzen die Leute das natürlich, klar. Und ihr habt noch eine Besonderheit heute. Ja, natürlich, der Tim Börschel ist hier mit dabei. Der hat uns mal besucht. Ich wollte es mal hier an, der hat jetzt schlimm. Ah! 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 so hier ist fein hier ist fein beim Ghost hat man ein bisschen Spaß was geht ab Ja, voll verwest, voll im Wald gelegen, zwei Jahre lang. We are the free Master Heaven, the grace of the universe. Yes, well, we are waiting for you. We are the only different people. We are the only different people. Komm zu Papa, nach Lüdenscheid. Komm zu Papa, nach Lüdenscheid. Ich weiß nicht, was hier los ist in Lüdenscheid auf dem Familientag, aber hier ist zu viel los. Ja, es ist zu viel, es ist echt zu viel. Gestern waren, keine Ahnung, 200-300 Leute und jetzt in zwei Stunden war es so viel hier. Ja, es ist zu viel, es ist zu viel, es ist zu viel, es ist zu viel. Ja, es ist zu viel, es ist zu viel. Ja, es ist zu viel, es ist zu viel. Hallo liebe Kirmesfreunde, ich bin hier auf der Steinert Kirmes in Lüdenscheid und vor mir sitzt der Manuel Zinecker mit seiner Kultschaukel. The King. Genau, erstmal hallo. Hallo. Eine Frage und zwar, wie lange gibt es schon The King? Ja, wir sind jetzt in der fünften Saison unterwegs. Ab 2012 gab es das Geschäft und seitdem sehr erfolgreich unterwegs. Also jetzt kommen wir mal zu den Standardsfragen und zwar, könnt ihr was über die technischen Daten sagen? Ja, also, wir haben 17 auf 17 Meter, haben zwei LKWs, wo alles drauf beladen wird und ein Ladekram. Brauchen vier Mitarbeiter zum Auf- und Abbau. Wir haben eine Gesamthöhe von 26 Meter, einen Anschluss von 75 KW, rund 160 Ampere Sicherungen brauchen wir. Wir sind jetzt ja hier auf der Steinert Kirmes und ihr seid zum ersten Mal hier. Ja, genau. Wie war das bis jetzt? Also, am Anfang hat es geregnet, den ersten Tag, leider, dann zu Feuerwerk. Die anderen Tage waren sehr zufriedenstellend, muss ich sagen. Und ja, wenn es so weitergeht, sind wir sehr zufrieden hier. Und ich gebe meinen lieben Freund Kirmes Margos zehn Fahrtschips mit zum Verlosen oder zum Erraten-Spiel. Ich würde mich freuen, wenn ihr zahlreich mitmacht und es erratet, von welchem Hersteller unser Fahrgeschäft kommt. Also, das ist eine ganz tolle Aktion und wir werden bestimmt einige mitmachen. Doch, ich freue mich, wenn es so wäre. Und es sind auch VIP-Tickets, die könnt ihr auch zum Sammeln dann hernehmen, sage ich mal. Tja, dann fahre ich gleich mal mit oder fliege mit, wie man es auch nimmt. Ja, ich sage mal, einen schönen Flug. Also, hier ist schon was los auf der Steinhardt-Kirmes. Ja, also, obwohl wir hier ziemlich nicht so gut stehen, sage ich, ziemlich am Ende. Aber die Leute suchen uns und kommen auch immer wieder. Das ist halt der King. Aber man sieht auch schon, direkt am Anfang, die Leute kommen direkt hier zum King und wollen mal mitfahren. Genau, ja, die Fahrt ist halt einfach super. Also, ihr habt ja Besonderheiten und zwar am Geschäft zum Beispiel die Beleuchtung. Die ist ja besonders, anders als bei anderen. Genau, richtig, ja. Und zwar, die sind von Lett und Co. Ja, uns kostet eine Bele 14 Euro. Die haben ein spezielles Programm extra entwickelt worden für den King. Und deswegen sieht man auch momentan keine andere Schaukel oder anderes Fahrgeschäft mit der Lichtausstattung. Wissen Sie, wie schnell das Karussell ist? Ich glaube, 110 kmh wurde es gemessen. Ist ja schon ganz schön. Ja, schon heftig ein bisschen, ja. Aber ist auch was für die Familie. Ja, also, ab acht Jahren dürfen die Kinder bei uns mitfahren. Ab 1,40 Meter. Und, ja, ich sag mal, die, die bei uns einmal eingestiegen sind, weil die Fahrt, ich muss sagen, für das heftige Auftreten ist es trotzdem noch sehr angenehm, weil es halt so entwickelt worden ist, dass es für ein großes Spektrum sein soll. Also, mir ist auch aufgefallen, ich bin da schon ein paar Mal mitgefahren, dass auch korpulentere Personen angenehm noch Platz nehmen können. Ja, ich muss sagen, unsere Bügel sind sehr großzügig eingestellt. Aber das liegt an dieser Bügelentwicklung, was wir haben, weil die drücken auf die Oberschenkel. Nicht wie die herkömmlichen am Bauch und Oberkörper, sondern hauptsächlich auf die Oberschenkel. Und dementsprechend haben wir auch mehr Luft oder, sag mal, Freiraum in den Oberkörpern. Und deswegen können auch dickere Menschen mitfahren. Dankeschön. Und dann danke für das nette Interview. Bitte. So, liebe Kirmes-Freunde, vor mir haben wir den Herrn Anton Kaiser mit der Achterbahn Coco Beach, die Familienachterbahn. Jawohl, das ist der absolute Burner im Moment für Groß und Klein, für Jung und Alt. Leute haben immer Spaß und Freude. Und das ist wichtig auf unserem Volksfest, dass die Leute begeistert sind. Und dass wir diese Art Geschäfte noch auf den Volksfesten haben, ist immer wieder eine Freude. Dieses Geschäft hat eine Geschichte. Es ist von meinem Freund oder von meinen Freunden. Und ich freue mich, dass diese Bahn wieder auf Tournee gegangen ist. Und meine Söhne betreiben dieses Geschäft. Ich bin heute hier nur zu Gast und tue das auch bewundern. Und ich sage immer wieder viel Spaß dem Publikum. Und wir brauchen den Erfolg. Dankeschön. Also es ist ja eine ungewöhnliche Familienachterbahn. Die hat ja so ein bisschen Papp und ist nicht ganz so lahm wie die anderen. Ja, richtig. Sie bringt Spaß und Freude. Viele Leute sagen, oh, die kleine Bahn. Aber wenn sie einmal in der Bahn waren und sie Bahn genossen haben, dann ist diese Bahn nicht mehr wegzudenken in den Leuten ihren Köpfen. Diese Bahn ist wirklich mit Pfiff und hat wirklich was Besonderes. Und das ist immer sehr wichtig. Meine Frage, betrifft Sie das eigentlich auch, die neue Norm jetzt demnächst? Wir haben mit diesen Normen gut abgeschnitten, weil wir haben diese Normen erfüllt. Und diese Norm, sage ich mal, ist auf manchen Ebenen ein bisschen überzogen, sage ich mal. Weil es kommt hier und da mal was vor. Aber nicht nur bei uns Schaustellern überall, auch im Privaten. Und wir Schausteller, wo Wert auf unsere Geschäfte halten oder da hinterher sind, den brauchen wir nicht auf den Finger schauen, weil die Schausteller machen ihr Ding schon. Aber ich sage mal, die DIN-Norm ist mit dieser Bahn hier gut abgestimmt, weil die Bahn ist ja jetzt das zweite Jahr auf Tournee. Und wir haben viel Geld reingesteckt, viel Geld investiert. Aber was sein muss, muss sein. Aber ich sage mal nochmal, die Schausteller-Kollegen, wo viel auf ihre Geschäfte halten, die sind voll dahinter. Und diese Norm, für viele natürlich auch bei uns, war es sehr, sehr schwer mit den Geldern zu hantieren und das alles umzusetzen. War nicht einfach. Aber wir haben es hingekriegt und es funktioniert. Ja, dann bedanke ich mich mal für das nette Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg mit der Achterbahn. Dankeschön. Und Ihnen noch viel Spaß auf dem Volksfest und noch gute Aufnahmen. Ja, dann bedanke ich mich mal für's. 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 Ja, dann bedanke ich mich mal für's.